Diese Staffel ist mir viel zu drast Ich glaub die letzte Folge skippe ich Ja, den Text vergeigt, die Stimme bricht Blender in dein Gesicht Ja, und schnitt Und da kommt kein Sequel, kein Trippi, kontinuiert, das war's Ja, kein Direct, das tat kein Remake für das, was wir waren Ja, das Drehbuch war stark Doch ganz schwache Kass Ey, zwei von fünf, ich geb's mir nicht noch ein